Kiefer der Welt gesehen Stoß Dekstleit und hässlich und grünen in Kieler das ist Lohne und da kommen wir in die längsten Treppen der Welt da gehen wir jetzt mal hoch Ups ist mal runtergefallen, da gehen wir noch mal hoch Ja den fecken hässlichen Creeper hast du gut gebaut ne? Der? Nö du hast mir dabei geholfen Nö Es ist dunkel Ich hab Angst Vielleicht kann man mal richtig gucken wie ein Creeper aussieht Die hat auch schon allein gesehen Ja aber du nicht Wieso? Das trägt mich hier auf Ich bin aber bald oben Kein Monster an sich Perfekt Gucken mal ob ich irgendwo irgendwas sponzieren Ja ich hab schon Skilete sehen Bam Bbam 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 Bbam! Oh jetzt gehen wir mal alle wieder runter Ach so das wird ja auch noch sein Das ist ein schöner RedStone Torch Möi meint's du du ne? Ein schöner RedStone Torch Baum wo ich war bei der Tod Hilfe! Ich will nicht abkratzen! Nein! Guck mal, da ist schon ein VIP-Bereich. Ist das denn schön? Auf meinem Server Genau, wir gehen zum VIP-Bereich So, ich mach auch vor. Du lobst jetzt hier immer so einen schönen Creeper in die Sauna Genau Lass mal einen Creeper holen da ist ein Creeper, da sind zwei Punkte Ich moe, eu, ich moe, ich moe Geh, guck, da guck, da guck, da Dann lassen wir Das können wir untersticken, und dann Dann lassen wir Folge mir aus! ich lass ihn mal explodieren Nein Er explodiert nicht, guck mal Ich war so was noch mal an dir Komm mal mit, wenn man schönes Foto macht, wie die in den VIP-Sauna bereich kommt Wenn das aber wie Wir können ja dabei noch ScreenShots machen Ey, die sind drin! ich bin ich habe es war sehr ich kann sie auf die Sauna auch er wird es in der Gap gemacht haben oder du aber das ist auch ein bisschen besorgen ich hoffe ich habe ihn gemacht aber noch mal noch aber es war dann auch noch nicht gehen hier geht es nicht mehr es ist in der Lärm ich verstehe mal was anderes Ey koo! Ey koo! Ey koo! Ja ok, STP MISCHI 99 Och. Guck mal der Creeper, der kohnt sich ein Feuer verwandert. Ach haha www.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Guck mal der Creeper da hinten an dem VIP-Bereich Hey guck mal da hinten, guck mal, guck mal! du bist du da ja guck mal da in die Richtung wo ich guck guck mal wie viele Typen da sind ich weiß nicht oh komm jetzt komm mal von mir mal eine schöne Parade wir fangen hier an okay hier warte oh komm ich will lass euch die Spinner und dann fangen wir hier direkt an baa ha 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 okay okay komm herunter wir machen jetzt hier alle platt wo bist du du? komm herunter ja wo bist wenn du? wenn ich wüsste wo du bist ich sehe mir das in St.Creeber da ja wir machen alle platt wir sind die besten der Welt wir machen alle platt hallo du Kilti Creeper und Glätte ich will das Schaf er hat boom 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 gemacht er hat boom 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 gemacht er hinterher naaa auch nicht schuldet die Tatsunität der Zollerbung gemacht Bumumum und die Bumumum und die Kälte ist er gegenseitig er hat sich gerade in der Erkennung Kili-Pitsch die Verheilung der Zollerwäsche Schäfer und die Maschinen die Erwachsenen ich glaube ich hier wenn man zum Beispiel abnehmen hier soll die Freizeit und auch schweißen zum lieb ich bin jetzt tot mit dem um und ich weiß nicht auch keine Hobbys mit ich bin immer in die Kehrlein ja da war ich auch schon da ist aber kein Monster ich bin um er weiß ich will ja auch nicht so auch dies nur unter uns ja und warum das nicht alles so auszuleuchten ich wollte Korkommern machen die Türen zu ich habe Arten Prozent in der Hausnummer und zu spät kommen das was was da war ich komme ich meine das war nicht macht es nicht ich glaube das Video wird jetzt schon zu lang, ich glaube wir müssen das mal aufhören auch du kannst dann kann das ja nachhaltig schneiden entweder kommen noch ein paar drei raus oder das ist dann das Ende des Videos ich hab grad gekillt von einem süßen kleinen Skeletti den ich jetzt auch schon haben will oder ein Queerball ist auch schon im Haus aus dir also wir könnten ja auch noch ich hätte ich hätte ja auch noch vielleicht ne Idee was wir noch machen können so Let's Wear Rätsel ja aber jetzt nicht jetzt nicht ok das wars dann wahrscheinlich von der Zombie-WG oder Monster-WG ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, falls ihr noch mehr davon sehen wollt also wir das ist unsere das ist unsere hier ist ne Spinne, ey, hier sind 3 Spinnen nimm den Jails, hier sind Jails, guck mal was sind Jails? ja hier sind Jails uuuh, njegut das Fasen erstmal und oh weh weh weh